Wir sind die Firma Hotgenrot Software aus Köln. Mit mittlerweile über 200 Mitarbeitern betreuen wir Kunden aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk. Mit unserer Kehrbezirksverwaltungssoftware Kamin, heute Kamin Futura, sind wir seit 1986 im Schornsteinfegerhandwerk bei mehr als der Hälfte der Betriebe vertreten. Die Glückstour unterstützen wir von Beginn an und freuen uns jedes Jahr, wenn die Glückstour am Bundesverbandstag auf unserem Cocktailstand ihren verdienten Abschluss findet. In diesen schweren Zeiten müssen wir mehr denn je an benachteiligte Menschen denken. Corona hat uns gezeigt, wie wichtig gemeinsames Handeln ist. Mit großem Respekt begegnen wir allen Beteiligten, Helfern und Unterstützern, insbesondere den Initiatoren, für ihr starkes und persönliches Engagement bei der Glückstour. Durch euch schöpfen Eltern, Revante und besonders die betroffenen Kinder neuen Lebensmittel. Ich bin die Tour bereits neunmal mitgefahren und erinnere mich gerne an die vielen berührenden Momente der Tour. Denn alle können helfen, die Glückstour auch in diesem Jahr wieder zur Erfolgstour zu machen. Wir halten zusammen. Die Glückstour, das sind wir alle.